Es ist ein Projekt der Superlative. Größe, Bauzeit, Volumen, alles rekordverdächtig. Für den internationalen Paket- und Expressdienstleister ist es ein Meilenstein. Das neue Paketsortierzentrum ist das größte Depot, das DPD in Deutschland jemals gebaut hat. Mit 50 Millionen Euro stellt es auch die größte Einzelinvestition dar. Und es steht natürlich in NRW. In Hamm wurde der Standort der Superlative in nur 16 Monaten fertiggestellt. Auf insgesamt 122.000 Quadratmetern Grundstücksfläche kümmern sich mehr als 800 Fachkräfte um die Verteilung der Pakete. Herzstück des neuen Depots ist eine hochmoderne und extrem leistungsstarke Sortieranlage. Zu Spitzenzeiten ist sie in der Lage bis zu 30.000 Pakete pro Stunde zu verarbeiten. Am Tag sind es bis zu 200.000. Wir sind stolz auf unser neues Paket-Sortierzentrum hier in Hamm. Unser Depot zeichnet sich durch eine besonders energieeffiziente und nachhaltige Bauweise auf. Für unser bundesweites DPD-Netzwerk setzt dieser Standort neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Das Internetgeschäft boomt. Um die steigende Nachfrage zu bewältigen, bedarf es passender Infrastruktur. Der Standort Hamm versorgt nicht nur Kunden in der Region. Er ist gleichzeitig ein wichtiger überregionaler DPD-Knotenpunkt. Eine nachhaltige und langfristige Investition in den Standort Nordrhein-Westfalen, das seinen Status als Europas Logistikdrehkreuz bekräftigt.